Meine Damen und Herren, leichte Kämpfer, Versprechende, flinke Füße. Ladies and Gentlemen, wir belegen uns im K1-Z-Lebenwerk aus 100 Vistanz, drei Runden, jede zwei Minuten. Der Mann, dem auch machte, dass alles gut bringt, Steffen Rabelow, Ladies and Gentlemen, geben Sie einen großen Applaus für... ...Josef Erdogan von Leo Schallen! ...Narik Freit und jetzt zum ersten Rund. Komm! So, so, wieder mit den Päusten arbeiten, wieder mit den geraden Päusten arbeiten erstmal, jawohl, und jetzt kommen die Kicks hinterher. Zumachen, wir gucken zumachen. Und dann zum Lohgick nach hinterher. Nach dem Holzen. Jetzt nach dem Holzen, Lohgick. Lohgick danach. An die Idee. An die Hunde. Dann Lohgick. An die Idee. 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 D慣 Ж rever capital! D慣el ich von D慣eln! D慣el ich! D慣el ich von D慣eln! Die mastered death! Ende der ersten Runde. Eine Frage zur zweiten Runde, Segura. Meine sehr verehrten Damen und Herren zum Schattungen, Eckerhof gab den Kampf nach 0.30 Uhr in der zweiten Runde auf. Andruf Kampik hat uns das im Regulentspräch noch teil. Sie geht in die blaue Ecke an. Josef L. Kahn.